Das hier, das bin ich. Und das, das ist Lola. Und hier tanzen wir zusammen nur wenige Momente vor einem spannenden Late Game. Da mein Duo heute keine Zeit für den Contender Cup hat, habe ich Lola eingeladen das Turnier mit mir zu spielen. Die Challenge dabei, sie ist gerade in Nordamerika und spielt mit einem Ping von 130 auf einem Laptop. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Ich spiele heute außerordentlich schlecht und muss ständig wiederbelebt werden. Und weil das noch nicht genug ist, versucht auch noch Epic Games uns zu griefen. Mit nervigen Bugs und einem Spiel, in dem unser Voice Chat komplett ausgefallen ist. Wait, I can't hear you. Also mach dich bereit für ein paar großartige Momente. Bevor wir gleich ins erste Spiel starten, in der Videobeschreibung findest du den Link zu Lolas Kanälen. Sie streamt und postet regelmäßig Content auf TikTok, also klick auf den Follow-Button. Jetzt bleibt nur noch eine Frage. Sprechen wir auf Englisch oder auf Deutsch, Lola? Ich spreche... Ich spreche... Ich spreche... Ich spreche... Ich spreche... They're going somewhere else. Oh, no, wait. They're still committing. Are they here? Yeah. One is under me. He has a pump. One is right on me. I'm really low. I'm out of bills. Oh, might be dead, yeah. Nice, you're correct. 100. Nice, let's go! No worries. Are they pushing up? Careful, he's pushing. Oh, okay, okay. Careful, they're gonna... They're aggressive. Careful, I'm up on me for me. Fifteen? Oh my god, yeah, yeah. I have it out. Oh my god. Let's go back here. Yeah. I'm in so much space. Yeah, hold for me. Oh, I block, I block you. Sorry. Yeah. Oh my god, what? Bitte sag einfach nichts. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich habe Lola mit der Wand geblockt und den Fight damit an die Gegner verschenkt. Also ab ins nächste Spiel. Ja, wir sind an einem Bug gestorben. Ich konnte noch durch die Tür laufen, danach hat sie sich nicht mehr geöffnet. Danke, Epic Games. Die ersten beiden Spiele waren also nicht der beste Start ins Turnier. Wegen den etwas erschwerten Bedingungen heute ist das Ziel übrigens nicht die Qualifikation, sondern in den Top 7500 zu placen und PR mitzunehmen. Dafür brauchen wir ungefähr 220 Punkte. Wir haben noch acht ganze Spiele, wir sind noch motiviert, also weiter geht's. Das ist eine Bede Entschmerdung. Okay, ich bin dort ein Versuch. Oh, dass wir uns in der Mitte angehen. Du hast ein Bedeutung. Nur einen Bedeutung. Absolut. Gut. Amatt. Du bist so nah etwas. Ime theo immer noches. Ich gehe die записi. Ime von die Fase. And die recht. All right, behind this wood wall, I'm going from here, two times if it works for you, up there, up there, I knocked one over there, nice I think he went down, oh here, right in front of me He went down I'm a bit scared to you Oh yeah, wait, I'm under you Maybe I'll drop your mask or you can use me, maybe I'm trying to ask, can you look out, oh what I'm in your box Oh yeah, can you look We play you Very careful Nice There it took my eye Oh, oh my god Hammer, hammer, hammer Oh my god, there's meds on the side Oh, meds ready Yay Yeah, yeah, you have a siphon You have a siphon I'm trying to conserve some Nice, nice So do I buff So I'm going Nice shot Let's go, minis Minis You have to fight almost all the solos Just one duo No Oh my god Hammer, hammer I'm trying Oh my god What is this? Oh my god Lieben wir nicht alle die Hammermeter? Es gibt eigentlich nichts besseres Außer vielleicht ein schönes 50-50 I might go on this gun Wait, I got a gun Okay, you killed him He's running I hit him 83 I think they're together here I knocked him The other one is close I'll jump on him He's one shot Come on Nice, yeah He's one shot Lola schafft es zu fliehen Die Reboot-Karte einzusammeln Und mich zu rebooten Wir schaffen das ins Late Game Aber wir sind richtig scuffed Haben fast keine Mads Und fast keine Heals Was kann da schon schief gehen? Ist es A Ein Bug, bei dem wir trotz Shadowbomben Fallschaden bekommen und daran sterben B Ein risikoreiches Play, um einen Hammer zu bekommen C Mein Internet fällt aus und ich fliege aus dem Spiel Oder D Ich höre nicht auf Lola und mache ein dämliches Mad Good Play Finden wir es heraus Okay Okay I think I'm in Wait, I'm trying it I'm risking it Okay You get sprayed But you can just use the hammer Come back to me Please Oh my god Yeah Okay, let's go No, okay Wait, I'm a bit below you I'm waiting here Yeah, I'm with you I'm getting sprayed here Just in front of me Yeah Nice Nice Oh Let's go through these builds here I'm getting sprayed from the high Come here, come here, come here There's me Okay, I have a good player, Kaina I'm with you, I'm with you I'm getting sprayed so far though Alright, um Oh, below 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 Eh, drop him Oh my god Thank you I'm doing all the way below there Yeah, I kind of got trapped there I'm missing a second Okay One shot, one shot Nice Oh my god, nice You also have ammo You also have ammo Wait, come front with me Come front with me if you can Nooo, I f*** Man, it's someone else's box Wait, will I get this off? I won't get it off, right? No No, 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 no Bandage, bandage, bandages Oh my god Yeah Du hast auf D getippt Dann klicke jetzt auf den Like-Button Und dein Gewinn wird dir in Kürze zugesendet Falls du etwas anderes getippt hast Klicke bitte auch auf den Like-Button Oh, we are caught I'm just going 50-50, I don't care anymore Yeah, there's no chest on top I have a bad shotgun, that's it One is really low One is really low Okay, cool, they're going to be popping barrels Yeah, yeah, I guess Yeah, they're good ammo Yeah, they're good ammo One is almost nice I killed one 100 100 Someone stole my shotgun Where is he? Nice Let's go There might be one more team, right? I think it was more than one team flying Oh, yeah 40 on him The one bonnie The other one is close I'm behind him I'm on him Go 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 Follow here to the proばst Oh my god, I didn't hit one shot Maybe he will fall down Halt mich! Nein! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Im siebten Spiel werden wir auch direkt am Anfang eliminiert. Jetzt haben wir nur noch drei Spiele, um unser Ziel zu erreichen. Und in diesen drei Spielen müssen wir mehr Punkte machen als in den sieben davor. Keine leichte Aufgabe. Macht euch bereit für eines unserer besten Spiele des Tages. Auf mich, auf mich, auf mich! Auf mich? Und den? Der E-Box ist ab hier! Oh mein Gott, ich bin bei der Excalibur. Oh, gut. Ich weiß nicht, ob sie uns verlassen können. Ich weiß nicht, ob sie uns verlassen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. We have to leave, I think. I knocked one, I knocked one. Okay, okay, okay. Okay, okay. Nice, let's go! I knocked one back there. I knocked one back there. Yeah, yeah, yeah. We good? Yeah, I am here. I am here. I am here. This one's one shot, oh my God. One shot, one shot. One shot, yeah? One shot, one shot. Nice. Nice. Sorry, sorry. Remember, we have to go all the way up left. Yeah, yeah. I'm hammering now. Hammering? Yeah. I'm just trying to go up. Yeah. I'm getting spanked. I don't like how I've done good. I've done so. Oh my God. Nice, you have so many messes. Like… Frag mich nicht, warum ich komplett in den Sturm gelaufen bin. Ich weiß nämlich auch nicht warum. Zwei Spiele sind noch übrig und Epic Games macht es uns nicht einfach. Im neunten Spiel fällt unser Voice Chat aus. Wir brauchen die Punkte, also müssen wir abliefern. Ohne miteinander reden zu können. Oh, there's someone coming. Oh, there's someone coming. It's so weird. That might be a Voice Chat fuck. Oh my God, there's someone close. There's someone close. Oh my God. Das ist unser vorletztes Spiel schon und gerade in dem Spiel, wir können uns plötzlich nicht mehr hören. Wenn wir hier noch was Starkes rausholen, das wäre richtig verrückt. Wir waren gerade schon, glaube ich, in Zweikämpfen und wir haben einfach keinen Voice-Chat. Es kann gerade eigentlich gar nichts mehr schießen gehen. Wir können quasi nur noch positiv überrascht werden. Und das ist ja eigentlich das Schöne gerade. Okay, das ist einer der lustigsten Runden vor allem, die ich hier gespielt habe. Hier sind wir also in der Szene vom Anfang. Und uns steht die wahrscheinlich schwierigste Aufgabe des Tages bevor. Ein Late-Game, in dem wir nicht kommunizieren können. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Oh nein. Wir freuen uns. Oh nein. I need minis, I need minis! I need, I need healing, I need healing. Yeah, nice, 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 nice. Oh my god! Oh my god, she's over! Nice! Haha! Oh my god! Oh my god! What the hell did you hear me? What? I can hear you now! I couldn't hear you like the whole game! I couldn't hear you like the whole game! I couldn't hear you so far! Oh my god! That's so f***! We couldn't be more grieved than this! Is this for real now? Dafür, dass wir uns nicht unterhalten konnten, haben wir wirklich alles aus dem Spiel rausgeholt. Und beim nächsten müssen wir das auch tun. Denn um unsere Zielpunktzahl zu erreichen, brauchen wir eine Platzierung in den Top 3. Okay! Oh, I see him! Correct! 100! I think his teammates is coming! He is right here! 30! What? Oh no! I'm on him! Another team! Another team! Okay! Is there? Yeah! He's one! Nice! Yeah! Nice! One fell down! All the way down! One is all the way down! The one is right on me! Oh yeah! Okay! I'm replacing! I'm helping him! He went down! Okay! 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 I'm dead! Oh! He's cracked! Come here! Come here! Come here! Come here! Come here! What? Oh! He's under my car! Oh my god! Yeah! He is! No! He's so bad! The ice is going! The ice is going! The ice is going! The ice is going! I'm waiting! Okay! I'll try to get you! Nice! You have a high ground! Yeah! I have it! Oh no! I didn't get... I'm hammering front! Yeah! Hammer on them! Here! Yeah! I'm almost with you! Nice! I'm there! You see? They still have a lot of hearts! I'm like... Basically only one now! I can do it now! Nice! Okay! I'm still good! I'm still good! We will have to go! I'm going through front again! I'm still good! I'm still good! I'm still good! I'm still good! Wear it! Oh yeah! We need to wear that in a second! Oh! Oh yeah! It's just Emma! Oh my god! That's... I'm still good! I'm still good! I'm still good! Oh no! I'm getting spread! I'm still good! Oh no! I'm gonna take the Madness I guess! Good! Nice! Let's go! So loud! What? You didn't even realize that next to him! Yeah! Chill maybe? I don't know! Yeah! Yeah! Madness! Good! Good! Oh yeah! You can get to the third end! That's right! Can you get to the third end? Oh no! Oh no! 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 Am Schluss haben uns leider 8 Punkte gefehlt. Lola, es tut mir leid, dass ich heute so schlecht gespielt habe, aber es hat viel Spaß gemacht und ich verspreche dir, falls wir nochmal ein Turnier spielen, spiele ich besser. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütze mich gerne mit meinem Creator Code im Item Shop und lass einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video, im Livestream oder im Battle Bus. Bis dann! You're giving me wind and rain, you're some kind of butterfly.